Hallo und Glück auf mit einem weiteren Trainingsupdate heute am Mittwoch vor dem Spiel gegen Wien-Wiesbaden. Und heute, heute waren sie wieder alle auf dem Platz, alle die gestern nicht dabei waren, waren heute wieder mit dabei. Außer, den hatte ich gestern total unterschlagen, Neuzugang Sopi, der war gestern auch, da hat individuell trainiert, hat auch ein paar Runden mit dem Ball gedreht, aber dann habe ich ihn gar nicht mehr auf dem Platz gesehen und auch irgendwie dann schon vergessen. Aber hier im Hintergrund war er auf jeden Fall gerade zu Gang und hat dort ein paar Übungen mit dem Ball gemacht. Also er soll ja behutsam spielfit gemacht werden. Ja, Ralf Fährmann ist wieder da, trotzdem gab es nochmal heute einen Besuch aus der U23. Julius Paris war heute mit dabei und hat dann quasi mit Fährmann, mit Marius Müller und mit Michi Langer zusammen trainiert. Ja, Niederlagen tun weh und Niederlagen schmerzen und Niederlagen kann man manchmal nicht so einfach erklären nach Kiel. Diese Niederlage, die kann man eigentlich überhaupt nicht erklären. Wieder ein Rückfall in ganz alte Zeiten und ich habe heute Thomas Ovean nach dem Training zum Interview gehabt und habe ihn gefragt, wie er denn so eine Niederlage erklären kann. Ja, es ist nicht mehr schön zu verlieren. Das tut immer weh, jede Niederlage. Ja, das müssen wir mit umgehen und das ist nicht immer einfach. Aber ja, auch da arbeiten wir an und probieren so, nächstes Spiel wieder zum nächsten Spiel zu gucken und nicht immer zurück zu gucken. Ja, war ein schweres Spiel. Wir haben das analysiert und ja, wir machen das einfach besser am Samstag. Ja, auch da eine gewisse Ratlosigkeit und einfach nur die Hoffnung, dass es im nächsten Spiel besser wird. Und was gibt denn Hoffnung? Ja, wir sind alle gut zusammen. Wir arbeiten zusammen und das wird uns auf jeden Fall helfen. Also, ordentlich Druck wieder auf dem Kessel und hat man heute auch auf dem Trainingsplatz gesehen, da gab es dann mal wieder einen Trainingsstreit zwischen Paul Seguin und Tobi Mohr. Also, Tobi Mohr hat wohl da irgendwas gesagt, hat ein bisschen gemeckert und das hat Paul Seguin gar nicht so gefallen. Sie haben dann sich gegenseitig ein bisschen angestoffelt und ja, die Kernaussage des Satzes war, du darfst mir natürlich was sagen, aber nicht in diesem Ton. Also, die Nerven liegen da nicht blank, aber trotz alledem, da ist schon ja, nicht die beste Stimmung im Verein. Und das haben wir Thomas Ovean auch gefragt. Ja, natürlich, die Niederlagen tun immer weh. Ja, dann sind wir nicht eben froh am Montag wieder hier. Aber ja, wir müssen probieren, positiv zu bleiben, aber es ist gerade schwer. Ja, mehr von Thomas Ovean gibt es heute Abend um 18.30 Uhr auf unserer Schalke-Seite. Dort gibt es einen ausführlichen Bericht und noch ein paar Stimmen aus dem Interview. Ja, ich bin froh am Montag.